WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Wir sind wieder hier, im Kohle-Revier, waren nie wirklich weg, haben in der GESA gesteckt. Jetzt gehen wir zusammen, zu der Kohlebahn, wir setzen uns hin, und die Kohle bleibt drin, wir sind wieder hier, im Kohle-Revier. Wir sind jetzt hier, mit der Kohlebad история. Hier, 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 hier. Hier, 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 hier. Hier, 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 hier. Fertig! Fertig! Alles gut, hab ich! 11 auf 13, meine Richtung. In Kette gleich kommen, los! Fertig! Ihr habt verloren, verpisst euch! Was ist denn? Jetzt kannst du kommen! Ihr habt verloren! Frieden! Frieden! Was seid ihr? Wir sind friedlich! Was seid ihr? Nicht schließen die Kräften rumlaufen! Wir haben ja auch nicht schließen die Kräfte rumlaufen, hab ich mir gesagt. Ja ja! Da würde ich nicht filmen, ja! Gott, die schriftliche Einsatz zu uns sagen. Danke für die, was sie hier machen. I'm sorry. Ich schneide gleich dann den Ton raus und nehme nur den Ton auf. Achso, ich rede jetzt rein. Warum ich hebe? Ich glaube, 19% der deutschen C2-Emissionen gehen auf Braunkohle. 9% auf Steinkohle. Ich denke, das ist sehr idiotisch und dagegen muss man halt was tun. Deswegen halte ich es wie ungehorsam für den richtigen Weg. Es ist natürlich auch ein kleines Abenteuer. Das sind so meine Gründe. Das ist gut. Das ist gut. Vielen Dank.